Und genau deshalb ist der Hilti SF6HA22 Akkuschlagbohrschrauber der beste Freund auf jeder Baustelle. Würstenloser 22 Volt Motor mit Vollmetallgetriebe und Schlagwerk. Glasfaserverstärktes Gehäuse mit robuster Außengummierung sichert gegen Schaden beim Absturz, wie ein Konterbier am Sonntagmorgen. Gleich zwei leuchtstarke LEDs am Fuß. Elektronische Schnellabschaltung gegen Handgelenksverletzungen beim Verkanten. Das Ganze bei knackigen 2,4 Kilogramm mit einem 4 Amperestunden Akku. Bis zu 490 Umdrehungen die Minute im ersten und maximal 2000 Umdrehungen im zweiten Gang. Dazu 65 Newtonmeter im Weichen bis zu 80 Newtonmeter im harten Schraubfall. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Mit dem 60er Forstner Bohrer vernichtet der Schrauber unser Kiefernholz komplett. Auch unser 32er Schlangenbohrer verschwindet wie beim Schwertschlucken. Stein wird mit einem frischen 12er Bohrer zu Pablo Escobar Gedenkpulver zermahlen. Und auch die 8x400er Schraube kann den lichtensteinischen Krieger nicht erschüttern. Deswegen gleich noch die 12x400er hinterher. Und auch die schickt ihren letzten Gruß und verschwindet in die Tiefe. Das Hauptargument für viele Anwender dürfte aber auch das hohe Service Level von Hilti sein.